Willkommen zurück zu It Takes Two und es kommt was. Aber schön im Kreis, Neuer. Schön im Kreis, immer im Kreis. Oh, wie ist das voll abkriege. Ne, schade. Boom. Neues. Wir sind hier vom Tor, wie man schön sehen kann, alles fresh. So jetzt, komm hier. Endfight oder was? Zugriff. Yo. Als ob wir es geahnt haben. Wo ist das andere Viech? Boah, sie hat mich angegriffen. Bam. Komm die nächste. Die Sau eingesaftet. Ich spritz euch alle voll, Leute. Gut. Oh, voll gut. Sehr cool. Das sah als erstes aus wie eine Zwiebel, das Ding hier. Kannst du das kaputt machen? Nee. Nee. Nee, kann ich nicht. Ach, schade. Nee. Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade. So. Boah, sehr schön. Sehr schöne Location. Ah, hast wieder gefurzt, ne? Ja. Oh. Boah. Deswegen ist das ja so dampfig. Boah, ich kann das Ding hier auffüllen. Ich hab da was reingefüllt. Mach mal, mach, schieß mal da rein. Oh. Okay. Okay. Da hören wir den Druck, äh. Ja, warte, dann mach du das. Ach, nee. Also du musst da drauf. Nee, ich hab's hier hoch, weil du musst ja anziehen. Ja. Ja. Bist du bereit? Ja. Feier es auf, Mei. Okay, los. Oh, Junge, du schaffst das. Ja. Nice. Hey, Mei. Ich denke, da ist eine Brücke hier. Lass uns das runterziehen. Da ist eine Brücke. Da ist eine Brücke. Oh. Ah, warte mal. Ja. Du musst den Weg hier hin machen. Oh. 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 Kommst du da dran? Ja, das reicht. Das reicht. Das reicht. Das reicht. Boah, hör mal. Skills. Alter. Was? Skill. So. F4 Respekt. Ja. Ah, da drin ist eine Zielscheibe für dich. Ah, hier geht's weiter. Hier oben. Warte mal was. Achso, nee, doch nicht. Gut. Ein bisschen grün. Oh. Du bist aber schön runtergefallen. Oh, hier ist wieder. Hier ist wieder. Challenge. Tauziehen. Okay. Was, Tauziehen? Ja, da verliere ich ja gegen mich als Frau. Eigentlich bin die Challenge kenn ich. Die Cody in das Loch. Okay. Okay. Ready to fall into the hole? Okay, auf jetzt. That hole is made for you. Ah, fits you better. I fall the spring. Bam, Junge. Bam. Ich hab die Hosen an. Das wollen wir das Handy Challenge. Die ist auch unfair, weil achte mal bitte. Komm mal einen Schritt nach hinten. Ja. Kennst du dich ein bisschen mit Physik aus? Mhm. Und achte mal Seilzug verfahren. Was du für Zahnräder da hast und was ich für Zahnräder da habe. Ich hab da ein scheiß Fahrrad hängen und du hast eine Verzahnung da drin. Das ist einfach nur Schöcher. Nein, nein, mach mal gar nichts. Okay. Mach mal, also mach mal überhaupt nichts. Jetzt pass auf. Ich ziehe jetzt mal und jetzt achte. Warte. Ich geb schon Volldampf. Warte. Du gewinnst. Warte. Machst du was? Ja. Ja. Mach mal gar nichts. Siehste? Ja. Pass. Ich denk aber. Warte, wir machen das jetzt nochmal und dann drück mal nur ein einziges Mal die Taste. Gedrückt halten oder nur einmal drücken? Nur einmal drücken. Nur einmal drücken. Und dann achte mal bitte, wie weit du mich nach vorne ziehst. Du hast ja jetzt grad gesehen, wie lange ich gebraucht habe, um dich nach hinten zu ziehen. Jetzt drück mal nur einmal. Hab ich. Hab ich. Ja, drück mal einmal. Ja, mach ich. Jetzt halt, weil die, weil die nie hintereinander waren. So, ich drücke. Drücke. Ich drücke. Ach siehst du ja auch bei mir da. Ich drücke. Cool. Ach krass. Warte mal. Guck mal jetzt. Guck mal wie oft ich drücken muss, um überhaupt zurückziehen zu können. Achte. Ich muss halt viel öfter. Ja, aber ich auch. Guck mal wie viel ich drücken muss. Guck mal bis sich da was tut dann auch. Guck mal jetzt ist ausgeglichen. Siehste? Siehste? Jetzt. Kommt da ran. Jetzt geht's los. Ja. Simpel. Boah, ich muss halt schon viel schneller drücken als du, Alter. Das ist so unfair. Komm ins Loch mit dir. Aber das Spiel ist so konzipiert, dass ich jedes Mal verliere, wenn du vernünftig spielst. Ja, dafür musste ich ja auch gerade leiden. Ah, ist halt schlimm. Ja, eben. Du musst ja auch stehen. Auch die Verlierer haben das mal gewinnen. Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen. Ja. 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 Ja, echt. Da glüht der Kopf, Alter. Ich bin die ganze Zeit hier am rumrubbeln. Äh. Naja. Also hier mit dem Cursor so. Ja, ja. Verrubbelt zu dem Cursor. Ja, du denkst hier wieder irgendwas anderes hier aus. Hör mal. Denk dran. Scheidung ist raus. Ja. Du weißt sowieso. Boah. Sieht das schön aus. Oh man. Oh man. Moment. Alter, du musst auch immer reinscheißen, ne? Hm. Was, wenn wir nie zu ihr kommen? Bitte stopp' zu sprechen. Und weiter ran. Ich bin mal mit deinem Bauch wieder voraus. Sehr schön. Oh, was ist das denn hier? Oh, sowas wieder. Okay. Alles klar. Ach ja. Cool. Oh. Das sieht schon echt... Ach schade. Ich wollte, ich dachte ich könnte durch. Schade. Boah. Alter. Jetzt habe ich mich voll vor der Bahntrasse erschrocken. Oh, ich glaube man durfte hier nicht her. Oh, ich... Ah nein, ich bin gesprungen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Ach so. Der Tree ist echt cool. Das war Trick 17. Allein das hier so Bahnschienen durchlaufen, ja. Bam 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 bam. Oh oh. Boah. Das war knapp. Haha. Warum endet bald? Das macht doch gerade erst richtig Spaß. Ach, ich sehe dich da hinten. Nice. Boah, sowas würde ich auch gerne in echt mal machen, ne? Also... Das ist besser als jede Rodelbahn. Ja. Da komm da. Der Abschuss und... Oh, heiß. Also die Stücke halten echt nicht viel aus, das muss man ja mal sagen. Nur mit deinem... Mit deiner Flüssigkeit da kommst... Oh, das ist der End Arena, glaube ich. Ne, ich komme nicht. Ne, doch nicht. Ne, doch nicht. Erstmal. Mach mal das mit dem Ding ins kaputtes Walkie Talkie. Ah, ich kann hier drauf schießen. Okay. Ach, vielleicht nicht so schlau. Naja, ich wollte nur mal gucken. Ne, ich wollte nur mal gucken. Ne, ich wollte nur mal gucken. Ne, ich wollte nur mal gucken. Hobsache, weißt du, wir sind hier gerade bei Wespen und bei Erdhörnchen. Erdhörnchen. Oh, jetzt kommt Postkampf. Ne, bei... Oh, jetzt kommt Postkampf. Das braucht aber so lange zum Drehen. Das ist ja die End Arena, glaub mal. Ja, naja. Na, da. Das dauert so lange, ey. Das ist echt nicht normal. Oh, siehst du da? Schildwester. Aber das ist nicht der... Ich habe ihn rasiert. Alter. Ich hatte einen Pizzaschneider in der Hand. Ja. Das ist ja so cool. Ja. Oh, er rastet halt voll aus. Alter, der ist voll cool. Aber er kommt... Boah. Das ist aber kein Endpost. Der ist ja so easy. Der ist haut auf. Ja, noch einmal noch. Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Ich hab voll den Arsch weg geschossen, ey. Aha. Ich safte den noch ein. Jetzt kommt drauf. Bam. Bam. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sieht so aus. Lass uns durch diesen Bolzen gehen. Aber gut. Der war ein Miniboss. Der war auch in Fallout 76. Der war ein kleiner Miniboss. noch mal Schaden, Junge als ob das ist Teamwork ich glaube, jetzt kommt der Wasp-Fight ja, da ja Soldaten, das System der Sicherheitssystem hat zwei intruders, warum hast du ihnen eliminiert? Wir suchen für sie, Supreme Wasp-Kween Search harder, bring them to me Dead or alive Ja, Supreme Wasp-Kween Das ist eine Frau schrecklich Keine Es ist nur ein Schwierl in einem Robot Ja, ein sehr großer Robot Késar剪 получается ob wir uns 탄ię die ны sie Alle greed если sie Es ist eine sehr gefährliche Operation. Schön, dass du uns erinnerst. Du bist willkommen, eh? Hey, Gotti! Hast du es geschafft? Nein. Du feiges Chicken, du. Dieses Buch ist... Boah, Alter. Du bist das feige Huhn. Boah, das sieht so geil aus. Ich würde da am liebsten so richtig rein... ...reindrücken, den Saft. Ja, ich komme nicht dran. Nee. Das sieht so cool aus. Alter, den Baum müssen wir erstmal fällen, wenn wir hier fertig sind. Ja, wenn wir wieder im Forest sind, dann machen wir das. Ja. Okay, lasst go. Oh, das sieht aber cool aus hier. Alter. Hauptsache Stream sagt gerade so, bei der nächsten Aufnahme müssen wir beide die Perücke von dir tragen. Von deiner Charakterin. Oh. Mach kaputt. Oh, da hinten kommen noch welche. Boah. Ja, das sind nicht Gruppenvernichtung. Da hinten ist ein großes Nest und da auch. Oh, hier kommen sie hier auch. Von links. Boah, die sehen ja so ekelhaft aus. Ach, da hinten kommen noch mehr. Ist ja noch ein drittes. Da rutscht mir verschreckt das Headset runter. Hier kommen noch ein paar Freunde. Wer ist da mal so nett? Ist da noch ein Nest oder so? Ja. Ja. Boah, das Netz habe ich getroffen. Das Netz, ja. Das Netz. Das Netz. So. Schönes Dingern. Oh, da. Das war solide. Das hat mich echt mit beeindruckt. Was, muss ich am Enddarm kratzen? Am Ohr. Am Enddarm, Junge. Ja, Alter. Ich will gar nicht wissen. Ich fühle manchmal nach Träumens, ey. Das will ich zwar nicht wissen. Ja, ja. Guck mal, hier sind Honiggläser. Guck mal. Versuch mal, versuch mal, das Gas kaputt zu machen. Oh, Freunde. Okay, vielleicht sollten wir die... Ja. Versuch mal, die Gläser auch runter zu hauen, dass nicht noch mehr von den Viechern kommen. Da hinten. Oh, Raserwespe. Oh, Joder, was ist das? Ja, wieder. Bam. Oh, 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 oh. Wo bin ich, Alter? Oh, die Mörserwespe sind. Ja, richtig steil. Alter, die ist so vollgepumpt mit meinem Zeug. Ja, ich seh's. Die hat's aber irgendwie nur auf mich abgesehen. Aber das ist gut so, kannst du sie vollpumpen. Ah, jetzt... Jetzt steht sie grad so ein bisschen auf mich. Alter, Collaboration. Ja. Und noch mal. Boah. Boah. Du musst noch einmal draufballen. Ja, naja. Schön. Das war ja viel zu easy. Ja, ich anspritz gerne auf Fespen, genau. Ja. Aber wir kicken hier zumindest ein bisschen. Hey, du bist ziemlich gut mit der Matz-Gun. Ich glaube, wir mussten draufschießen. Mal dran schießen. Ja, das war gut. Witzig. Well done. Well done. Well done. Tja, ihr Viecher. Kommt hier nicht mehr raus, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange geht die Folge eigentlich gerade. Ja, 17 Minuten. Wir haben noch ein paar Minuten. Das ist ja cool. Ach krass, du kannst hier die Location ändern. Komm, wir machen mal ein Foto. Warte, bleib du mal da, ich drücke auf den Auslöser. Das heißt, dass wir das zusammen machen müssen? Quick, into positions! Trophäe erhalten. Ich erhalte überhaupt keine Trophäen. Ne? Ne. Warte mal, kann man sich die angucken? Jo. Nice shot. Mach mal noch mal. Mach mal noch mal. Mach mal noch mal. Oder warte mal, geh du jetzt mal da hin? Ich drück drauf. Lauf, lauf, lauf. Ich hab voll cool gemacht. Ja. Aber da ist noch ein anderer Knopf, der man machen kann. Schmeiß das mal hin weg. Nice. Ein Aktion-Shot. Aha. Guck mal. Ach krass, du kannst auch dann so aktuelle Shots machen. Ja. Wo schmeißt der jetzt das hin? Ja okay, wieder über das erste. Cool. Boah, guck mal. Guck mal, bei mir jetzt. Warte mal. The timer's going! Ich will nur mal was anderes testen. Hier ist ja auch noch einer. Ach so. Guck mal. Jan läuft. Sehr schön. Well, look at that. Look at that. Ich hab's nach rechts. Ich hab's nach rechts. Ich hab's nach rechts. Ich hab's nach rechts. Nach rechts ist das Neueste. Cool. Ja, so ne Funktion überhaupt gibt es schon cool. Laboratorium. Okay. Interessant. Sieht aus wie alte Technologie. Oh, hallo, schnell! Boah. Boah. Boah, das war knapp. Das war echt knapp. Kann man auch noch an der Eichel irgendwas machen. Was sagst du denn jetzt so kacke? Ach, man kann sich da hinsetzen. Man kann nur was mit der Eichel an der Eichel machen, ja. Da hast du recht, da. Da komm mal. Da kann man auch noch an der Eichel rechtsfoto. An der Eichel geht immer was. Du hast wohl in deiner Hackfresse fotografiert. Das ist so schön. Sag ich, was sagst. Sag ich, was sagst. Das will ich mir immer angucken. Das ist in der Mitte. Ja, cool, wie schön ich bin. Nee, Junge. Er sagt aber immer dasselbe. Okay, komm weiter, komm. Oh, hier sind noch. Guck mal hier, wie viele Bilder hier sind. Guck mal. Guck mal, das sind wir. Jo, das sind ja richtige Stalker. Stalker-Wespen. Das ist die Arena, oder? Boah, ja. Den Feind machen wir. Genau, den Feind machen wir. Komm, oder? Wir sind bei 21 Minuten. Die Folgen müssen werden immer kürzer. Komm, wir machen die jetzt hier. Dann kommen immer noch ein paar Fotos. Nein, ok, lass gehen. Oh oh. Freaking out. Jungen, die fricken voll out. Oh, ui jo. Alter, ich bin direkt down. Die gehen direkt voll auf mich. Was ist los mit denen? Wow. Sie nennen mich den Exterminator. Hey, die gehen immer direkt auf mich her. Was soll das denn? Wir haben jetzt alle unsere Personal-Wesps. So. Ist da auch noch welche? Oh, da ist Ronsfarm. Na ja, ganz gut. Ja, so. Ach, ja, der, ja. Oh. Jetzt fliegen wir ja so viele retourом. Ich weiß schon, warum ich Westen nicht leiden kann. Na, nicht nur du. Oh. wenn das ein vorgeschmack auf den entfalt ist und da bin ich mal echt gespielt das jetzt schlagen uns echt gut da kommen welche haben alles schon eingedippt einfach ausschießen ich kann gar nicht mehr schießen ich kann auch nicht mehr schießen oh geil gemacht war das ist echt cool ist sie oder oder damit knapp da hinten sind wir welche jawohl ein richtiges festival naja du musst auch treffen also du musst ja auch dann die richtigen erst mal treffen also du musst da da sind wir ja welche boah alter dieser baum wie riesig der ist da kommen wir ja welche ja die müsste ich erstmal formatieren Formatieren Formation sehr cool du bist so gestorben Formatierungsfehler Alter jetzt kommt der Endfight und mit dem Kopf in den Sand geschieht ja recht boah da im Arm war ganz lässig ja schuldig Ist auch nicht die höchste Leuchter am Leuchter, ne? Alter, du bist aber auch so richtig assi teilweise, ne? Also, muss ich ja ehrlich mal sagen. Gut, dann würde ich hier aber jetzt mal sagen, ne? Ja. Ich pausier mal kurz, spiel pausierter. Okay, Freunde, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Ciao, ciao. Hasta la vista. Hasta la vista.